willkommen zurück bei black mirror 3 in der letzten folge sind wir gleich wunderbar durchgestartet es ist jetzt praktisch in diesem augenblick drei wochen nach also im spiel drei wochen nach den begebenheiten aus teil 2 wir sind mit einer glimmenden fackel am schluss aufgegriffen worden am noch brennenden schluss und der aktuelle inspektor hält uns für den schuldigen und natürlich auch für mörder brandstifter und überhaupt ja und der diot aus der nachbarzelle in unser tagebuch zerrissen neuer eintrag dann gucken wir uns erst mal ein bisschen um bevor wir auf große wanderschaft gehen oh mein gott da könnt ihr gleich die axt rausholen lauft die denn mhm seite alle wichtigen tageszeitungen sind da the final times the moon und der willow creek telegraph von denen habe ich noch nie was gehört tee 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 und tee mhm messer ich hoffe sie wollen damit nur gemüse schneiden ähm mhm messer adrian durch den offenen zack kaffee riecht es hier im laden wirklich angenehm das muss die verkäuferin sein mit triller pfeife um den hals sieht etwas nervös aus ob das an mir liegt ja doch ich denke schon also das mit dem messer war eben ne große eier von großen hühnern ich kann nicht sagen warum aber ich find's lustig ich kann's schon sagen warum an apple a day keeps the doctor away hat meine mom immer gesagt naja eine meiner moms ein hauch frankreich in willow creek diverse sorten räucherwerk tabak zigarren pfeifenkram die bewohner von willow creek scheinen viel und gern zu inhalieren oh ja hoch ja da gibt's noch ein bisschen was ne querbeet vom arztroman bis zum sen ratgeber ist alles vertreten respekt hier wurden die aktuellen apfel brot und milch preise aufgeschrieben instant porridge tüten suppen und kiloweise pudding pulver die berühmte englische küche auf einen blick milch ja brandy liqueur und verschiedene whisky sorten alles was das einsame herz begehrt wie gut dass ich kein trinker bin lalalala wow ein riesiger kühlschrank das ist der eco freezer 100 steht zumindest da mhm eiscreme genau meine sorten und die größe stimmt auch ja es gibt eigentlich nie genug eiscreme ja so gefällt mir gemüse mikrowellen fertig auf einem steak mit viel steak bonbons für kinder von denen ich bisher nicht eins gesehen habe stimmt wanderkarten der umgebung unentbehrlich für einen auf kaution freien mordverdächtigen wie mich ja dann ne die verkäuferin guckt als ob ich ein dieb oder schlimmeres wäre hm hallo was wollen sie hier äh das ist doch ein laden oder dann will ich vielleicht etwas kaufen okay ja sie wirkt ein wenig nervös ich bin übrigens darin ich weiß genau wer sie sind ach ja wer bin ich denn sie sind dieser brandstifter aus der zeitung ich zünde ihren laden schon nicht an abgesehen davon bin ich unschuldig ganz bestimmt aber würden sie bitte nicht zu lange bleiben ich muss sonst die polizei rufen na klar und zwar ohne telefon ich nehme einfach meine pfeife oh mein gott ernsthaft was ist das hier die shopping meile von willow creek wir haben alles was die leute so brauchen normalerweise bestellen geht auch das wäre dann nächste woche da wenn ihnen das reicht das wird nicht nötig sein ich sehe mich einfach mal um die alte dame die rausgelaufen ist als ich kam kann es sein dass sie ein bisschen verrückt ist dorothy ach wo die ist genauso verrückt wie sie und ich meine sie ist in ordnung von ihr stammt die idee mit meiner triller pfeife ach ja haben sie angst vor mir aber nein ich habe doch meine triller pfeife sobald mir jemand zu nahe kommt pfeife ich das ist so laut das hört sogar der toten gräber in warm hill ach der toten gräber aber woher kennen sie meinen namen sie haben da so ein schildchen ach ja ist übrigens ein sehr ungewöhnlicher name aber ja woher kommt er indisch gefällt er ihnen nicht oh doch er klingt sehr schön bedeutet er auch irgendwas die furchtlose diese situation entbehrt nicht einer gewissen ironie ich würde gerne eine dieser wanderkarten kaufen nehmen sie nur sie brauchen gar nicht zur kasse kommen ist ein geschenk des hauses oh vielen dank auf wiedersehen hoffentlich nicht oh mein gott er tut mir so leid das sieht auch total durch aus also harmer kerl öffnet sich im gegenskater sie ermöglicht hier bereits besuchte orte ohne um wege zu betreten das ist schön das gefällt mir ich würde jetzt auch mal sagen dass wir aber ja von unserer anwesenheit befreien ähm mein gott darin das sieht aus wie auf droge ich glaube es ist gesagt auf entzug von der droge das war keine gute das café ist noch geschlossen äh äh nein das wollte ich nicht äh ja dann oh okay oh mit kleinen mannequin drauf cool äh sharp edge das könnte das ist warm hill okay dann ist das wahrscheinlich black mirror von der lage her und hier muss irgendwo die mine sein ipswich road okay äh zur brücke richtung pub ähm na da rein will ich jetzt nicht nochmal dann gehen wir erstmal zur brücke fenster dr winterbottom dort oben ist die praxis von dr joyce winterbottom es ist da ganz gemütlich da können wir mit sicher doch das feuerzeug holen der traurige rest von einem fahrrad und das boot ist auch nicht mehr da aber schön mal diese ecken von einer anderen perspektive zu sehen hier hängt ein plakat wir bauen für sie um demnächst noch spektakulärer erleben sie das grauen hautnah wiedereröffnung am ersten zwölften hm das ist erst in ein paar tagen wetten dass mir jetzt auch uns hier vermarktet ja hallo doktor kann ich sie kurz was fragen na klar kommen sie hoch die klang übrigens auch nicht sonderlich gesund dr winterbottoms feuerzeug ein ziemlich teures stück vermutlich ein geschenk schade frau doktor was liegt ihnen auf dem herzen adrian glauben sie mir eigentlich darin äh adrian diese frage hatten wir doch schon so oft natürlich glaube ich ihnen mhm und warum stehe ich dann immer noch auf der abschussliste ich bin arzt kein richter das gutachten über unzurechnungsfähigkeit haben sie übrigens abgelehnt abgelehnt und was ist mit den schrecklichen albträumen diese reaktion ist nur normal adrian wenn ich mir vorstelle dass mir plötzlich jemand eröffnet ich würde von einer blutründigen mordersippe abstammen hätte ich auch albträume ich weiß nicht aber ich mag sie was hat sie eigentlich in dieses nest hier verschlagen ein studienkollege von mir dr heinz hermann arbeitete hier früher im sanatorium er war ein freund der gordons vor zwölf jahren geschahen dann die schrecklichen morde heinz war auch unter den opfern verdient ich kam her um seiner familie und den anderen ein wenig seelischen beistand zu geben und nun bin ich immer noch hier wie das leben so spielt du solltest mal aufhören zu qualmen junge frau dieser inspektor hält sich für eine ganz große nummer er gehört zu der sorte von leuten die sich ihr päckchen selbst zusammenschnüren und sich dann darüber beschweren dass es zu schwer ist was für ein päckchen er hat in london irgendwas angestellt und wurde hierher strafversetzt was er gar nicht gut verträgt was hat er gemacht den falschen eingebuchtet du weißt von der sache naja mr spooner ist eben ein cowboy der gern schnell schießt so viel ich weiß hat er in london seine kompetenzen überschritten was dazu führte dass einige schuldige für unschuldig erklärt wurden oder andersherum wie auch immer so genau bin ich nicht im bilde na toll ein schlecht gelaunter ermittler der schuldig nicht von unschuldig unterscheiden kann besser hätte ich es nicht treffen können stellen sie sich vor ich wurde auf kaution freigelassen na das ist doch ein grund zum feiern ich weiß nicht so recht die kaution wurde anonym bezahlt sie wissen nicht zufällig etwas darüber anonym nein wer würde so etwas tun keine ahnung ehrlich gesagt hatte ich gehofft sie stecken dahinter wohnen sie gerne in willow creek ja ich mag das leben und die leute hier es ist als ob die zeit stehen geblieben wäre und alle paar jahre kommt ein irrer und bringt ein halbes dutzend leute um ja nicht wahr gegen die mordrate in london ist es eine wahre erholung bis später machen sie es gut ich mag den oma von der frau ernsthaft ich mag den in den grünen heften notiert dr winter bottom die träume ihrer patienten aber außer mir habe ich hier sonst noch keinen gesehen merkwürdig dr winter bottoms notizbuch ganz bestimmt aufschlussreich irgendwann kann sie ihre memoiren daraus schöpfen wann immer ich hier bin ist der aschenbecher voll dr winter bottom raucht wie ein schlot vielleicht sollte sie sich mal deswegen in therapie begeben tja die zeitung von heute da wurden bestimmt wieder ganz unglaubliche dinge über den brandstifter rausgefunden natürlich breaking news der brandstifter ist ein mann und hat einen brand gelegt ein indianischer traumfänger soll angeblich böse träume fernhalten drei aschenbecher in einem raum straße zum hotel über die brüche na wir wollen erstmal zum pub vielleicht begegnen wir ja tom unserem liebchen ha 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 sind das toms unterhosen die da zum lüften hängen äh nein Lappen die sind nicht besonders sauber aber von toms pub würde ich auch nichts anderes erwarten gut dass ich bei meinem letzten besuch bier aus der flasche getrunken habe ja doch möchte jemand ein e kaufen nein ich nicht der sieht so aus als ob er schon lange nicht mehr benutzt wurde das ändere ich jetzt sehr schön schwamm kann man immer gebrauchen zweifelsfall kann man jemanden ins gesicht werfen ich kann kaum mehr erkennen was da mal geschrieben stand aber ich gehe nicht davon aus dass hier je etwas essbares serviert wurde zumindest nicht seit tom den pub geerbt hat richtig davor war's essen durchaus essbar man musste keine lebensmittelvergiftung prüchten mörderische grüße aus willow creek die üblichen postkarten und broschüren noch sonst noch was äh nein ein eimer gehört bestimmt einem angler mhm jim oder joe hieß er ne dann bevor ich gehe muss ich noch dringend meinen anwalt anrufen die telefonzelle steht am dorfplatz tschuldigung ich hab das total übersehen stimmt ja die ist nun mal nicht so leuchtend wie ich das aus london kenne ähm ja dann mach mal dr jones von der anwaltskanzlei jones & partner hallo dr jones darin michael's hier man hat gesagt sie wollen mich sprechen ah mr michael's ja die ermittlungen stagnieren solange keine beweise für die gegen sie vorgebrachten beschuldigungen vorliegen kann keine anklage erhoben werden das ist gut auf der anderen seite wollen ihre landsleute mit in den ring steigen die amerikanische botschaft sitzt uns im nacken das ist schlecht und was bedeutet das konkret naja dass sie noch eine ganze weile in willow creek festsitzen inspektor spooners ermittlungsmethoden sie hatten letztens angedeutet dass sie damit unzufrieden sind ja es kommt mir vor als würde dieser spooner kein finger mehr krümm inspektor spooner wollte so schnell wie möglich den fall abschließen und einen schuldigen präsentieren er muss erfolge vorweisen um wieder nach london zurück zu kommen aber er hat sein pulver verschossen jetzt hofft er dass die botschaft ihm den fall abnimmt damit er ihn nicht als misserfolg verbuchen muss um die wahrheit geht es ja scheinbar nicht die wahrheit mr michael's ist bekanntlich die erfindung eines lügners aber dass die kaution bewilligt wurde ist doch ein gutes zeichen und dass sich jemand gefunden hat der sie bezahlt ist noch besser vielleicht sollten sie jetzt wo sie wieder auf freiem fuß sind selbst nach hinweisen oder ermittlungsfehlern suchen am besten sie beschaffen sich eine kopie ihrer akte klar die wird uns spooner auch sofort mit schleifchen überreichen wenn wir da nicht drum bitten aber es ist natürlich immer so der angeklagte wenn er auf freiem fuß ist hat natürlich selbst für seine ermittlung zu sorgen was zur hölle sind sie davon überzeugt dass ich unschuldig bin dr jones natürlich mr michael's könnte ich sie sonst vertreten ja doch wenn der preis stimmt sollten wir uns beeilen ein paar stichhaltige beweise dafür zu finden dieser jemand von dem sie behaupten dass er es gut mit mir meint hat die kaution anonym gestellt können sie herausfinden wer das war kein problem wird aber ein paar tage dauern ja nach drei wochen macht es den kohle jetzt auch nicht fett diese psychositzung wie lange muss ich die noch mitmachen ein paar runden müssen sie schon noch durchhalten es ist zu ihrem besten das letzte gutachten wurde abgelehnt was soll das jetzt noch bringen vergessen sie doch die behörden schon mal daran gedacht dass sie die therapie vielleicht wirklich brauchen glauben sie dass ich verrückt bin sind wir das nicht alle touché tun sie was für ihr seelenheim sollte es zu einem prozess in den staaten kommen können sie mit ihrer irren familiengeschichte nicht bei den geschworenen pumpen also hören sie auf zu verdrängen und kommen sie endlich aus ihrer deckung man sie meinten ich soll mir meine akte ansehen ist das denn so einfach möglich das hängt von dem zuständigen inspektor ab aber wenn sie sich etwas einschmeicheln lässt er sie vielleicht mal reinschauen andernfalls könnte ich auch eine kopie anfordern und ihn zukommen lassen das dauert mir zu lange ich versuche selbst ranzukommen dr jones konnten sie etwas zu meiner identität herausfinden die polizei hier scheint sich da keine mühe zu geben ja die sache mit ihrer identität mr michael lässt sich im augenblick schlecht nachweisen finden sie dokumente geburtsurkunden solche dinge aber vergessen sie darüber nicht weiterhin die therapie sitzung wahrzunehmen ja ja wie auch immer ich melde mich wieder kopf hoch angriff ist die beste verteidigung werden wir sehen werden wir sehen okay eine kopie der akte was auch sonst vielleicht besuchen wir mal victoria die hat nachher seit dem brand nicht mehr gesprochen das ist nicht gut das ist überhaupt nicht gut die frau ist 90 constable seck scheint in ordnung zu sein sehr gesetzestreu und so das ist chief inspector spuna der mann der mir die letzten drei wochen das leben zur hölle gemacht hat ein wahrer sonnenschein collier wäre das nicht passiert collier ist zwar langsam aber polizei archiv es gibt relativ wenig akten aber viele davon sind mit gordon beschriftet so viel ich weiß gibt es hier keine aservatenkammer gesammelte indizien und beweismittel werden in diesen spinden aufbewahrt sie sind grundsätzlich verschlossen natürlich hey das ist ein bild von samuel das fällt mir jetzt gerade auf kaffee wäre mir jetzt lieber kalter kaffee ein kopierer sieht im vergleich zum restlichen mobiliar recht modern aus ich schätze das sind die zellenschlüssel mal abgesehen davon dass hier jeder bemerken würde wenn ich sie mitnehme ist meine zelle eh offen die notrufzentrale wie man sieht ist sie rund um die uhr besetzt ich bin nur nicht so also diese kabel sind wenig vertrauensweckend nein mit dem unterhalten wir uns in der nächsten folge für diese folge werde ich mich von euch verabschieden und ja in der nächsten folge heißt dann ran an die akte bis dahin ciao ciao bis dahin bis dahin bis dahin